Im Wasser fühle ich mich einfach extrem wohl. Das war schon immer so. Das mag ich einfach. Und dann habe ich mit der Zeit gelernt, mich ein bisschen im Wasser zu bewegen. Ähnlich vielleicht wie ein Fisch. Also das hat mit einem normalen Wassergefühl, was jemand hat, der zum Blanschen ins Wasser geht, garantiert nichts zu tun, so wie ich mich im Wasser fühle. Also durch das, dass ich die Behinderung ja von Geburt an habe, fiel mir das alles im Grunde genommen sehr, sehr leicht. Und ich kenne es nicht anders. Das wäre jetzt quasi meine Gegenfrage. Wie ist denn das? Beschreiben Sie mal, wie man schwimmt mit Beinen. Und ohne Beine kann ich einfach nur sagen, es fehlt ein Beinschlag. Dadurch habe ich ein bisschen weniger Gewicht hinter. Also zieht es mich von den Beinen her weniger runter. Habe ich also trotzdem eine sehr gute Wasserlage. Und also gerade beim Kraulen geht ja sowieso das meiste vom Vortrieb über die Arme. Und von dem her ist das keine große Schwierigkeit, jetzt ohne Beine schwimmen zu lernen. Und wenn ich mich so richtig wohl fühle auch vor einem Wettkampf, dann habe ich das Gefühl, wie wenn ein Seil im Wasser liegt und ich kann das packen und mich dann direkt an diesem Seil entlang ziehe. Und das fasziniert mich immer wieder, dieses Gefühl dann zu haben, richtig das Wasser packen zu können. Und das gibt dann auch einen richtigen Widerstand. Es ist nicht irgendwie so eine Schwabbelmasse, die dann einen irgendwie vorbeiflitscht, sondern ich kann richtig das Wasser festgreifen, wie wenn ein Seil im Wasser liegt. Und ich kann das erste gut gelassen lassen. J הדには von der この Musik mit einer Schwabbelmasse Praise, aber auch noch keine Schwabbelmasse zu machen. Ich Design reports także eine jackets und strafe die Widerstandes Howard Pufty, Untertitelung des ZDF, 2020